Zeigen Sie, dass Sie zu den Besten gehören und bewerben Sie sich beim nächsten European Installation Award. Der einzige europäische Wettbewerb in der SAK-Branche. Zum zweiten Mal prämieren wir die Top-Handwerker Europas. In vier Kategorien können Sie sich bewerben. Ein Sendeschluss ist der 31. Oktober 2020. Machen Sie mit und vielleicht gehören auch Sie zu den Gewinnern, die auf der nächsten ISH 2021 prämiert werden. Premiere während der ISH. Die Krammer Group hat 2019 zum ersten Mal den European Installation Award ausgelobt. Europaweit waren Planungsbüros und Handwerksunternehmen aufgerufen, ihre Projekte in den Kategorien Bad Profi, barrierefreies Bad, Heizung und Marketing einzureichen. Insgesamt gingen 82 Projekte aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland ein. Eine qualifizierte Jury, bestehend aus technischen Referenten der europäischen Hersteller und SAK-Handwerksverbänden, traf sich im Januar in Paris und hat die Gewinner ermittelt. Keine leichte Aufgabe bei den vielen hervorragenden Einreichungen. Die Preisverleihung fand am 12. März während der ISH in Frankfurt statt. Und das sind die Top-Handwerker Europas in den folgenden Kategorien. Bad Profi, Grégory Lebon aus Bordeaux in Frankreich, barrierefreies Bad, David Durand aus Laval in Frankreich, Heizung große Unternehmen, Schwender Energie und Gebäudetechnik aus Turnau in Oberfranken, Heizung kleine Unternehmen, Manfred Kries GmbH aus Dieblich in Rheinland-Pfalz, Heizung Sonderpreis, Simon Martinez aus Niem in Frankreich, Marketing große Unternehmen, Christian Hunziker aus Winterthur in der Schweiz und Marketing kleine Unternehmen, Pascal Kessler aus Nancy in Frankreich. Zeigen Sie, dass Sie zu den Besten gehören und bewerben Sie sich beim nächsten European Installation Award, der einzige europäische Wettbewerb in der SAK-Branche. Machen Sie mit und vielleicht gehören auch Sie zu den Gewinnern, die auf dem nächsten ISH 2021 prämiert werden. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2020.